Mein Name ist Gerl, ich bin am 31. Mai aus Wien losgegangen. Ich bin durch Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien ein bisschen mehr als vier Monate gebraucht. Bevor ich gegangen bin, habe ich meinen Job aufgegeben, habe meine Wohnung verkauft, habe alles hergegeben. Für mich war der Weg ein neuer Anfang. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, die mir sehr viel geholfen haben, von denen ich sehr viel lernen konnte. Was ich vielleicht den Menschen mitgeben kann, ist, dass sie ihren Herzen folgen sollen und mutig sein sollen. Und vielleicht das tun, was sie für richtig halten und nicht das, was die anderen von ihnen verlangen oder wollen oder erwarten. Vielleicht möchte ich mich noch herzlich bedanken bei den Menschen, die ich am Weg kennengelernt habe. Für die vielen schönen Stunden, für die vielen Sachen, die ich erlebt habe. Ich kann es nur jedem sehr empfehlen, so etwas oder so etwas Ähnliches zu tun. Es verändert einen wirklich. Man lernt sehr viel von sich. Man muss nicht so lang sein, aber jeder muss seinen Weg finden. Jeder muss seinen Weg gehen. Es zahlt sich wirklich aus. Und ich glaube, darin liegt auch irgendwie der Sinn des Lebens. Sich einfach auf dem Weg zu machen und anfangen wieder zu träumen. Ja. 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 Ja.